Assalamu alaikum meine Lieben, hier ist wieder die Khadiga, die Deutsche am Nil. Ja, was besprechen wir denn heute? Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ich wollte eigentlich heute das Thema, wieder eine ganz tolle Liebesgeschichte erzählen, aber das machen wir beim nächsten Mal, weil sonst die ganzen Infos, die ich jetzt habe, exakt für dieses Video, das Liebesvideo, das kommt dann am Samstag, Inshallah. Also, jetzt geht's los. Wir sind ja ganz aktuell hier gerade, Brautschau ist hier passiert, ne? Als ich in Hurghada war mit meiner Familie oder als meine Familie mit mir in Hurghada war, sind hier reihenweise Männer angekommen, ne? Ist ja klar, weil nächstes Jahr im Sommer soll ja geheiratet werden, ne? Immer so ein Jahr geht dann die Verlobungszeit. Ja, und meine Schwägerin, die hat alle abgelehnt. Also, sie haben gesagt, gefühlte zehn, jetzt weiß ich nicht, ob zehn da waren, wahrscheinlich sieben, acht, sowas rum. Ja, unter anderem war da auch ein, ähm, einer aus der Familie da, den sie überhaupt nicht mochte. Also, die hat alle abgelehnt. Zum einen, die Gründe der Ablehnung waren, die Schwiegermutter ist voll böse, also die möchte sie nicht haben, weil man kennt sich ja untereinander, ne? Also, da, ne, das sind halt die Gründe, Schwiegermutter blöd oder der Mann gefällt ihr nicht oder der hat keinen guten Job oder das ist ein Farmer, weil sie möchte, also ihr Traummann ist. Der muss gut aussehen, ne? Er muss groß sein. Ähm, ich muss dir immer lachen, also die hat schon richtig Allüren, ne? Also gut, aber wie gesagt, sie hat auch die Möglichkeit, einen anderen, also wenn es halt irgendwann, wenn sie 25 ist und es klappt nicht, dann geht sie halt auch, schraubt sie zurück, ne? Wir haben ja schon mittlerweile eine Dame hier, die würde einen Blinden nehmen. Malisch. Ähm, ja, weiter geht's. Ähm, also erstens, der soll kein Farmer sein, weil sie will nicht schlachten, sie will keine Tiere zu Hause haben, sie ekelt sich davor, also mit Tieren oder so. Noch nicht mal, wenn wir Zicklein haben, interessiert sie das und sie kommt zu uns in den Stall und guckt die Baby-Zicklein. Interessiert sie null, ne? Also, keine Haustiere. Gut, den Coco, den mag sie jetzt, ne? Also, das ist was anderes, aber jetzt so richtige Arbeit und Melken und sowas kommt ihr nicht in die Tüte, ne? Und geschlachtet hat sie auch noch nicht. Und wenn sie, äh, wenn geschlachtet wird, hat sie, ich glaub sogar, ob die gerupft hat, weiß ich nicht. Aber einmal hat sie bei mir sogar mitgeholfen, die Ente auszunehmen. Weil an dem Tag hab ich wirklich, ähm, als ob ich so schwanger war, ne? Ich musste wirklich würgen. Die Ente da, ich hab wirklich nie Probleme, aber an dem Tag, ich hab gesagt, ich kann das heute nicht. Wenn ich nur dran denk, meine Hand da reinzutun, die Därmer rauszutun, muss ich spucken. Und da hat mein Mann die Schwägerin geholt. Und die hat, also, die hat das dann gemacht. Das konnte sie. Aber die hat auch gesagt, das stinkt, das stinkt. Ich saß dann daneben und hab grün und blau. Also, ich weiß auch nicht, was ich an dem Tag hatte. War ganz komisch. Ich hab damit sonst nie Probleme. Also, mein Mann schlachtet, das kann ich nicht. Ich nehm alle aus, ne? Wenn wir halt schlachten. Aber das haben wir jetzt auch schon ewig nicht mehr. Jalla. Obwohl, wir mussten ja den Truthahn schlachten, ne? Weil der war, der sah schon krank aus. Wir haben Medizin gegeben, hat nicht gewirkt. Haben einen besser geschlachtet, bevor wir das Fleisch auch verlieren. Ich tue schon wieder ausschweifen. Jalla, das Video muss, darf nicht so lang gehen. Ich verplappere mich nämlich immer. Jalla, weiter geht's. Also, sie will eigentlich, und natürlich, der muss einen guten Job haben. Also, bei der Regierung. Unkündbar sein, ne? Das ist ganz wichtig, weil in der heutigen Zeit, ne, wird alles teurer. Und wer bei der Regierung arbeitet, der kriegt jeden Monat immer mehr Gehalt, mehr Gehalt. Und ja, der verdient jetzt schon ziemlich gut, ne? Also, von dem her. Und sie möchte raus aus diesem Dorf. Sie will kein, sie ist kein Dorfmensch. Sie hasst dieses Dorf. Also, nicht hassen, aber sie will hier nicht wohnen. Sie will Barra. Und, Alhamdulillah, da kam einer, und der hat sie Barra genommen. Also, jetzt, der kam hier an. Also, nicht er, sondern er hat seinen Bruder vorgeschickt und hat vorgesprochen, also, mein Bruder möchte gerne hier die Schwägerin heiraten, ne? Und die haben dann alle gesagt, Meshi, haben wir kurz besprochen, was arbeitet er, hat er eine Wohnung, pipapo, ne? So, die Basics. Und, äh, dann hat der Schwiegervater und die Schwiegermutter gesagt, okay, wir überlegen uns das. Na klar muss mein Mann, in der Familie ist es so, also, ich glaube, in vielen ägyptischen Familien, die Familienmitglieder müssen auch einverstanden sein. Also, wenn jetzt mein Mann gesagt hätte, nee, den will er nicht, dann hätte das auch nicht funktioniert. Es kam sogar einer, der wollte aus Kairo, der wollte sie heiraten. Mein Mann hat ihn abgelehnt, weil Kairo zu weit ist. Aber das weiß meine Schwägerin nicht. Wenn die das wüsste, ich glaube, den würde sie erwürgen. Der ist ein ganz schön reicher, ne? Der hatte ein eigenes Hotel, äh, auch von der Familie, aber mein Mann sagte, das ist zu weit, da müssen wir immer nach Kairo fahren, um die zu besuchen. Voll fies, ne? Aber gut, wer weiß, ob er die, äh, ob sie ihn überhaupt akzeptiert hätte. Das war zwei Jahre davor. Jalla, okay. Also, das wird sie wahrscheinlich auch nie erfahren. Oder sie lernt Deutsch und lernt und sieht meine Videos von dem her. Aber, äh, unwahrscheinlich. Die will noch nicht mal Englisch lernen. Jalla, weiter geht's. Auf jeden Fall, ähm, war das dann so, dass, ähm, sagen wir so, der war sonntags da und dann, äh, freitags wurde praktisch, äh, dann Bescheid gegeben, dass er, äh, wie war das, wie war das? Mein Mann hat da angerufen, hat gesagt, also, sie akzeptiert es, dann kannst du vorbeikommen. Und der, ja, ich komm gleich heute Abend nach dem Abendgebet, Nachtgebet, ne? Und ich wusste dann, die Familie kommt, hab mich dann auch ein bisschen, ne, schick gemacht und hab mich dann hingesetzt und wart, und wart bei der Familie. Da kommt Kossau, ne? Ah ja, dann hab ich auch gedacht, ja, okay, dann, äh, geh ich wieder. Aber ich hab natürlich nicht gewusst, die Bude war voll und ich dachte, das sind die Besucher für meinen Sohn, ne? Wegen dem Unfall, ne? Das dachte man, die Besucher. Ne, die waren ja schon da. Die Mutter war da, die Schwester war da, die Schwägerin von ihm, alle waren da. Und ich dachte, dass die, ich kenn ja die Leute nicht, ne? Der hat ja eine Riesenfamilie. Das waren ja schon die Leute. Die haben ja schon, ne? Und meine Schwägerin, äh, hat die alle bedient und ich dachte, okay, das ist ja für den Junis. Die haben ja auch alle zu mir gesagt, ne? Wegen Junis, alles klar. Yalla. In dem Moment kommt mein Mann auch angefahren mit dem Auto. Ich geh mit ihm raus. Wir gehen ins Haus. Wir trinken was zusammen. Und dann kommt schon die Mause an. Und dann kommt schnell, schnell, der Ries ist gekommen. Und ich so, oh nein. Jetzt hab ich das auch noch verpasst. Toll. Aber ich hab natürlich die Mause, und wie war's, wie war's? Ja, der hat, der, der, ähm, der hat sie dann begrüßt und sie hat so ein bisschen schüchtern runtergeguckt. Fertig, ne? Aber bevor dieser Besuch überhaupt kam, dann hab ich auch gesagt, ja, zu meiner Schwägerin, und bist du aufgeregt, wenn der kommt? Wirst du knallrot? Was ist das? Wirst du dich super anziehen? Guckt die mich an. Laaah! Wie laaah! Ey, ich bin voll aufgeregt, ne? Die Kleine, die ist jetzt 21. Nee, die hat sogar heute Geburtstag. Heute hat sie Geburtstag. Ah, 30. Oktober. Ähm, wird sie eins, äh, äh, 21 ist sie jetzt, ne? Ähm, Leute, die ist total voll normal, sagt sie, ah ja. Das, das Problem ist, die sind halt noch nicht verliebt, ne? Es ist so in Ägypten, du, du klärst erstmal hier die, äh, die anderen Sachen, passt es mit der Familie, passt das Materielle, ist der ready für eine Frau, hat der einen Job, das kommt. Und dann, in dieser Verlobungszeit, lernt man sich erst kennen. Und man hat ein Jahr lang Zeit, äh, praktisch, das dann alles hinzubekommen, das bis zur Hochzeit. Und bis zur Hochzeit kann man immer noch absagen. Entweder sagt er ab, oder sie sagt ab, ne? Dann hab ich auch gesagt, ja, und, äh, jetzt kauft ihr schon alles ein. Ja, ja, ja. Dann sag ich, ja, und was ist, wenn der dann, äh, wenn er absagt? Dann guckt die mich an, der sagt nicht ab. Die ist total überzeugt von sich, ne? Hab ich auch gesagt, also, sei mal nicht so arrogant, vielleicht mag er dich ja gar nicht, ne? Äh, nee, wenn, dann sag ich ab. Dann lacht sie so. Also, da ist noch keine Liebe da. Der Typ ist ein bisschen schüchtern. Er findet die natürlich wunderschön. Die Männer sind da anders. Die gucken nach schönen Frauen. Die Frauen, ähm, hier, die gucken nach Sicherheit. Muss man klar sagen. Und natürlich muss das Gesicht ein bisschen entstehen. Also, sie können jetzt auch nicht, äh, er sieht aber sogar auch wie sie aus, muss man sagen. Nur als Mann. Der könnte Bruder, Schwester sein. Der ist auch groß, dünn wie sie. Also, er ist richtig, tschik, tschik, macht der Ägypter ganz dünn. Ähm, ah, Akku leer. Jetzt muss ich kurz den Akku weckeln. Sorry, Leute. Passiert. So, jetzt sind wir mal es. Also, wo waren wir stehen geblieben? Die Schwägerin. Also, ähm, die ist überhaupt nicht aufgeregt. Gar nichts, ne? Also, sagt sie zumindest vielleicht. Also, aber weißt du, die guckt den ganzen Tag Bollywood-Filme, so Drama und da geht es ja nur um Liebe. Und jetzt ist sie selber, die kommt total kalt drüber. Ganz komisch, ne? Ganz komisch. Vielleicht denkt die auch, die schämt sich da irgendwie Liebesgefühle zu zeigen, aber die findet den schon attraktiv, ne? Das Einzige, was mir an dem nicht gefällt, der hat, ey, der ist 28 und hat hier so einen Schnurrbart hängen da. Der sieht aus wie 50 mit dem Schnurrbart. Nur allein an seinem jungen Gesicht erkennt man, der ist gar nicht so alt, ne? Aber gut. Sie hat auch gesagt, also, ihr gefällt der Schnurrbart auch nicht und bei Zeit sagt sie ihm, den macht das Ding weg, das ist nicht schön. Und der ist voll groß für den Ägypten. Also, ich glaube, der ist 1,80, 1,85. Ein Riesenmann mit solchen Schoen, ne? Ich habe auch gesagt, also, wenn der sich eine Galapéa schneidern lassen, und der braucht nicht wie alle Männer hier drei Meter, nee, der vier, fünf Meter muss der bestellen. Das ist immer teuer für so einen Mann. Und Hände, solche Pranken, Maha, Maschallah, Maschallah. Also, wie gesagt, die passen wirklich super zusammen. Die sehen sich voll ähnlich und er kam dann an, ich kam da, also, ne, sein Bruder war dabei, er, seine Mutter und alle Tanten, ne? Wahnsinn. Und dann wurde da besprochen, ne? Als dann besprochen wurde, es wird eine Verlobungsfeier geben, also, wie ein, wie eine Hochzeit, ne? Da habe ich auch gesagt, hä? Ich dachte, da wird nur die Vata gelesen, ne? Nee, die will alles und er auch. Die wollen eine Riesentamtam. Also, der bezahlt die ganze Feier hier, das wollen wir wieder Highlife hier bei uns im Hof haben. Da kommt ein Podest, die sitzen dann wie Braut und Bräutigam, aber das ist eine Verlobungsfeier. Sie kriegt ein Kleid, da kommt ein DJ, also, Cola, Fanta, wisst ihr, das ganze Gedöns. Gut, also, ich fände es jetzt, ich fand es jetzt nicht so gut, aber wenn die das wollen, dann kannst du ja, was ist das alles? Komm, die fliegen wieder, ich habe einen Ventilator aus, Leute, dass ihr mich besser hören könnt. Okay, also, weiter geht's, ne? Als das dann alles besprochen wurde, steht gegenüber von mir, sitzt da, die, es ist übrigens von meinem, von meinem Schwiegervater, die Schwester, ihr Bruder, also, sprich, die sind Cousins, ne? Also, von der Familie. Und, äh, dann geht's ab, macht die alte Oma, ich glaube, die ist 70 rum, macht die da den Sakharuta, und dieses, ui, ich kann das ja gar nicht, ne? Aber laut und lang, ich erstmal so erschrocken, ne? Die gucken mich alle an und lachen, aber ich, im gleichen Moment habe ich dann Tränen bekommen in die Augen. Ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn jemand Sakharuta macht und so laut, dann spürt man die Freude bei denen und das ergreift mich so, dass ich wirklich, das berührt mich so sehr, dass ich Tränen kriege und dann schäme ich mich, weil die waren alle am lachen und ich hocke da und hab Tränen. Dabei, weißt du, so arg, ähm, tut mich das jetzt auch nicht mitnehmen. Irgendwas ist da an dem Sakharuta, was mich zum Weinen bringt, aber ich kann's nicht erklären, weshalb. Ganz komisch. Ne? Aber die war natürlich, oh, Herr Farhana, wo ist ich so glücklich? Eigentlich auch nicht, weil, um ehrlich zu sein, so arg juckt mich das nicht, dass die Schwägerin jetzt verlobt ist, ne? War ja logisch, ich war ja darauf vorbereitet, aber gut, ich gönn ihr ihr Glück, die wird in Kenna wohnen, die wird einen Mann haben, der ihr, also, das sieht man ihm an, das ist so ein guter Mensch, die macht so, der macht alles für sie, wirklich, also, und die, ähm, seine Schwester hat eine Modiboutique, meine Schwägerin ist total mit Mode, die geht nicht aus dem Haus, ich hab ihr sogar Türkise, so, so, äh, Schlappen gekauft, so kleine, so wie Turnschuhe aus Stoff, ne? Ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, ich bin ja nicht so der Mode-Typ, ne? Also, die total, die sagt zu mir, sie kann sie nicht anziehen, sie hat nichts Passendes dazu, sag ich, ja und jetzt? Dann zieh sie halt als Hausschuhe an im Winter, ha ne, weil sie hat ja keinen passenden Pyjama für zu Hause, sag ich, also, dann kauf's dir halt ein, meine Nerven, ne? Also, Türkis ist nicht ihre Farbe, jalla, ne? Von dem her, also, die ist, wie gesagt, immer on the point und der Typ, der sieht auch so aus, also, die haben sich gesucht und gefunden, nur, was man jetzt natürlich sagen muss, meine Familie, also, mein Schwiegervater hat natürlich zu den Leuten gesagt, die da vorkamen, wir sind noch nicht fertig, wir haben noch kein Geld zu der Hochzeit und jetzt kommt der und sie sind fertig, wie sieht das aus, ne? Ja, wie gesagt, da werden jetzt die anderen sauer sein, weil, ähm, warum hat die die anderen nicht angenommen und jetzt den? Da fühlen sich manche dann auf den Schlips getreten und nicht gut genug oder so, ne? Da gibt's ein bisschen, also, der eine hat uns schon gar nicht mehr besucht, nachdem er abgelehnt wurde, das ist aber leider so, was willst du da machen? Du kannst ja keine Frauen zwingen, das ist halt Schicksal, den will sie und da ist sie glücklich, ne? Aber man hat auch gesehen, als der Mann da war, dieser Mustafa heißt er, ne? Als er da war, da war die schon schüchtern, ich glaub, die war die Poker da nur, nö, sie ist die Coole und so, aber innen drin ist sie schon, aber rot ist sie auch nicht geworden, ne? Was ich gemerkt hab, die will halt, die hat sich besonders, ähm, vor der Schwiegermutter und vor den, vor der Familie hat sie besonders sich Mühe gegeben, ne? Und, ähm, hat extrem nett sich gezeigt, ne? Die ist nicht so locker und ach, alles Mist, egal und so, nein, natürlich total höflich, von der besten Seite zeigt und meine Schwiegermutter dasselbe, als ob die neu wären, die kennen ja die Familie, aber das fand ich gut und es war, ja, das ist die Brautscheu in Ägypten, natürlich, die Nachbarin, die ist ein bisschen traurig, weil die, ähm, die leider noch keinen bekommen hat und die hat auch definitiv gesagt, sie schämt sich jetzt, weil alle Leute lachen über sie, guck mal, jetzt hat sogar sie, sie ist zwei Jahre jünger als ich und hat einen Mann gefunden und ich stehe immer noch da, ne? Jalla. Jo, wir werden jetzt am, ich glaube, 15. November, 16. da am Donnerstag rum, ich habe jetzt das Datum vergessen, wird hier eine Verlobungsfeier abgehen, jetzt werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie so ein bisschen mitfilmen kann, äh, schauen wir mal, gucken wir, wie es läuft, weil eigentlich ist das ja auch mehr, niemand will da groß im Internet sein, ist ja logisch, ich schaue mal, wie wir das hinkriegen, vielleicht nur ein paar Impressions, also so ein paar Impressionen, ne? Okay, also, wenn ihr Fragen habt zur Brautschau, könnt ihr gerne stellen, ansonsten, teilt mein Video, hilft mir, größer zu werden, gebt mir natürlich immer einen Daumen nach oben, logisch, meinen Daumen, ne? Also Video angucken und Daumen geben, das ist natürlich Pflicht bei der Deutschen Amnil, bitte, bitte, jalla, das war es schon wieder von mir, Meister Lemma, ach ja, und Yunis ist alles wieder gut, also, der hat seine Krusten noch hier im Gesicht, aber, die fallen ab, da knubbelt er auch immer, wir machen ab und zu Creme drauf, alles gut, ne? Alhamdulillah, Alhamdulillah, MashaAllah, yalla, ma selma, bye, bye.